Okay, Leute, es geht weiter mit Super Mario Reads 3 Und dieser Copperwelt Und... 2, 1 Schwarzwälder Felshackel Schwarzwälder Felshackel Okay, wie geht man... Wie lang geht meine Zunge? Okay So, haben wir jetzt auch geschafft Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein, okay Was ist das denn? Du rührst einen Stern und nimm Bibi-Maru für eine Weile Haltest das Steuerkreuz in Richtung gedrückt Und Maru verläuft die Wände hoch Und das im Affenzahn Wenn du die gleichzeitige BG gedrückt hältst, Maru kann dann sogar schweben Drücke dazu A Okay Ähm, ja Zieh, 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 zieh Okay, das war's wohl Mit dem Level Wir haben jetzt nur ein Leben geholt Das war eigentlich alles, was man in diesem Level machen kann Anscheinend Ach, wieso hab ich den mitgenommen Ach, den hat der jetzt schon verdaut In seinen Joshi-Magen What the fuck? Aber die bleiben nicht lange in der Luft Fahrt zur Hölle Und rein mit mir hier Ich will auf die andere Seite Da ist ein Speicherpunkt Den ich benutze Den ich jetzt sofort benutzen werde Was bist du für einer? Dieser Hund heißt Schnupfel Ist er nicht knuffig? Er trägt Yoshis auf seinen Rücken Und läuft in die Richtung In den die Joshi schaut Ähm, will ich das eigentlich? Weiß ich gar nicht Du elender Verräter Du elender, elender Verräter Ach, komm nochmal Joshi Komm Schwarzwälder Felsorge Dieser elender Verräter hat mich verraten So Und Das war knapp Jetzt auf die Scheiß auf die Blumenteile da Und rein mit mir Okay Ja, das habe ich schon gelesen Das habe ich schon gelesen Okay Brauchte ich diesen Schlüssel? Das weiß ich gar nicht jetzt Okay, jetzt bin ich in Sicherheit Verfolg mich nicht Verfolg mich nicht Nimm mich Okay, jetzt haben wir das hier Jetzt haben wir auch das hier Braucht man diesen Schlüssel? Ich weiß das jetzt nicht Ich nehme es jetzt einfach mal mit Und denke mal, dass man den jetzt irgendwie brauchen muss Okay Steine fallen vom Himmel Gott zeigt seine Macht Yeah Komm Und so Okay Verdammt Fast hat er mich zerquetscht So Okay Komm herunter Okay Das wird langsam komplizierter und alles Ach du Scheiße Fast hat er mich noch getroffen Yeah Das hat er mit dem Daumenstoß verpasst Okay Ich weiß nicht, wozu die Pflanze jetzt da war Aber anscheinend Hatte sie keinen größeren Sinn Gleich da rein Okay Wo ist das Schloss? Wozu ich das brauche? What the fuck? Du in den Daumen Komm Und Jetzt habe ich Diese Sternendings da Ach komm Wird mich Oh Ist ja eh in dem Missgestalt Ja halt die Fresse Verdammt Wieso kommst du wieder? Ja okay So tötet man das Ähm Ja Nicht dass er mich Irgendwie jetzt zerquetscht Oder so Scheiße Okay Komm mal runter Okay Bin ich eigentlich am Ziel? Bitte Weil ich keine Lust mehr habe Achso Hier kommen meine Schlüsse gebrochen Wo führt mich das hin? Und wo führt mich das hin? Bang Bang Binde den Bonusballon Verbringe die Ballons mit Hilfe der Staffattacke zum Platzen Wenn du gewinnst Erhältst du eine 10 Sternen Karte Oder sogar eine 20 Sternen Karte Okay Ich habe den sofort gefunden Yeah Den 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 Was kann ich noch mehr kaputt machen? Scheiße Egal wir haben das Ziel erreicht Okay Jetzt kriegen wir nochmal Punkte in diesem Level Sehr sehr guter Preis Yeah Kommen wieder die Pinker Yoshi Den 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 11 Wie nur 43 Punkte Ich dachte ich habe nur diese 20 Sternen Dings Punkte bekommen Anscheinend wollen sie mir das nicht geben Welt 2 Scheiße Was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Oh wieder Super Baby Home Run Super Baby Home Run Was was? Fritt trifft das Fallzeichen mit einem Ei Und letztere Schieß in der anderen gezeigten Richtung davon So 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 Ähm Okay Achso das sind Das sind also die so gesagten Schackis Also das ist die Geburt von den Schackis So sind die Schackis entstanden Und so werden die auch am Ende Enden Und Okay Dankeschön Ich brauche Eier Ich brauche Eier So So Und so Und so Und so Und so Und ich habe jetzt 6 Eier Und zieh Und zieh Und zieh Und zieh Ich zieh jetzt nur durch Das war jetzt ein Fehler Ein Leben Okay Mit einem komischen Dings Das mir irgendwie hilft Da irgendwie Oha Okay Ich hasse dich dafür Okay Ich musste das machen Und wo führt mich das hin Hallo Okay Ist das jetzt tot Oder was ist los Ähm Okay das ist eine rote Münze Die ich jetzt nicht so gebrauchen kann Und was steht da Super Baby Mach dritt in Aktion Wenn du den Sternbruch hast Er läuft Wend hoch Und bestätigt mit B Okay Ähm Verdammt Oder Ach verd Ach so So Und so Den 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 Und Achtung Nur ein Winzening kommt hier durch Gespeichert Verdammt Äh Wo ist Äh 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 Was ist er gerade gestorben Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich wollte einfach sterben Okay Er wollte einfach sterben Ach komm Kann man nicht irgendwie wegkicken oder so Ach scheiß drauf Ich hab keinen Bock das hier zu riskieren Verdammte Kacke Ich bin nervös Wie kann er darauf laufen und ich nicht Unlogische Kacke nochmal Zu unlogisch Und was ist das denn Ah Ah Er macht Eisatem dann So Denn 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 Hallo Wie soll ich weiterkommen Okay danke für den speicherpunkt aber den kann ich jetzt nicht so gebrauchen Okay 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 das war irgendwie klar Dass das irgendwas sein muss Weil es keinen Sinn ergeben hätte Wenn ich nicht irgendwie weiterkommen könnte Und So Das war knapp Hier kann ich weiter Die elende Ratte aus So weg mit dir So weg mit dir Du nervst nur Denn Ja ist klar Ich springe da Genau in diese Richtung Ja Meine ganzen Eier sind auch noch weg So weg mit dir Okay Jetzt kommt mal eine große Stunde Und hab ich das geschafft Ich glaube Baby Barrow konnte man hier in Aktion setzen oder Und die Level sind auch ein bisschen länger geworden Ja Das hätte ich ja gerne gemacht Aber anscheinend geht es hier nicht Hier kann man bestimmt die Maulwurf einsetzen Aber ich hab keine Eier mehr Deswegen Scheiß drauf Okay ich geh einfach mal den Weg So geschafft Und runter mit mir Ist das wie eine Ratte mit Helm Ratte mit Helm Okay Ein Leben dazu Ein Leben dazu Du kommst mal mit mir Weg mit dir Tut mir leid Wenn ich dir zu viel sage Aber ich muss mich grad hier konzentrieren Was sagst du Wirf ein Ei oder ein Gegner in die Blume Damit sie sterben Oder Ach so Ach so Ach so So funktioniert das Okay Meins Okay Merke ich mir Für das nächste Mal Wenn ich mal endlich hier rauskomme Ach komm Fick dich ins Knie So weg mit dir Eklige Pflanze So weg mit dir Und komm ich endlich ans Ziel Ja endlich Boah Hat zu lange gedauert Okay jetzt kommt der nächste Boss Yeah Din 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 21 11 Ja geht ja noch 52 Punkte Super gut Super gut Was noch eine Welt bis zum Boss Okay dann mach ich noch diesen Part Kommt unter Wasser Level Bitte nicht Ich hab kein Bock auf euch Grinse bald Grinst doch die ganze Zeit Hahaha Grinse bald Das erinnert mich an Super Mario Ähm Mario Luigi Superstar Saga Okay hier gibt's also Münzen die ganze Zeit Ähm ja Okay ich brauche einen Shy Guy Ich hasse euch der verdammten Ist So Okay so haben wir's geschafft Ja fickt euch doch ins Knie Baby Mario Hör auf die ganze Zeit zu schreien Ich halte es nicht aus wenn Kinder schreien Also ich mag Kinder Also ich liebe Kinder Aber ich hasse es wenn Kinder einfach ohne Grund schreien Und wenn die nur einfach in kurzer Zeit nur in Äh In Stich gelassen werden oder so Danke Ich hasse Hör auf zu weinen Hör auf zu weinen Jetzt rein mit mir Hat zu lange gedauert Okay komm her Komm her Komm her Geister Hä warum ist da jetzt ein So komm her Komm her Noch ein Ei komm Noch ein Ei geht ja noch Und was steht da Nur keine Bange Diese Wände kannst du mit Eier Äh schießen Okay denn Mh Dämliche Kacke nochmal Jetzt muss ich noch extra wieder zurück Um meine Eier zu holen Komm weiter Und so Perfekte Ziegenauigkeit Leute Und dabei auch noch Gegner getroffen Wer kann das denn außer Gautam Warte ich brauch mal Oh komm Ich brauch mal einen Gegner oder so Zum schlucken Kommst du runter So So Die Blume habe ich jetzt auch Und Baby Mario wieder in Aktion Den 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 Verdammt Und so Okay, das sind Ein paar Dinger Oh, komm her, komm Danke So Danke Ein Schalter, der einen Geheimgang aus Ähm, zeigt, oder wie das heißt What the fuck Jetzt kommen wieder diese Riesenfische, oder was Stirb So Geschafft Okay, das haben wir jetzt auch gemacht Sehr, sehr gut Aber jetzt müsst ihr einen Weg nach oben finden Hä? Ich dachte schon, ich bin jetzt irgendwie stecken geblieben Boah Oh, komm weiter Ich mag dieses Level jetzt nicht so sehr So Jetzt muss ich wieder ein paar sammeln Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist Ich guck mal den anderen Weg, den da gibt Okay Achso Und welcher ist das? Der Maulwurf? Ja, der Maulwurf Okay, der Maulwurf ist wieder in Aktion Ich glaube, ich komme langsam mit der Steuerung, klar Hallo Ich hasse dich dafür, dass du so dämlich bist Achso, okay Und so Wer will mucken? Wer will mucken? Oh, komm her Okay Oh, ich schieße dich ab Perfekt Und komm her Du ekliges Babyteil Ja, geschafft Egal, ob ich nicht irgendwas vergessen habe Ich will das Level noch schnell schaffen Und Story, muss ich alles zeigen Boah Bestimmt wieder 30 Minuten oder so Ach Egal, komm Ist doch Wayne Ist der kleine Wayne 154 in dieser Welt Und zum ersten Schloss Und das ist ein riesen Buhu Komm Das machen wir doch auch mal klacks fertig Buhus Festung Wer hat es gedacht? Okay, das gleiche System Also wenn ich kurz weg gucke Ähm Okay, das war kleine Tricksarbeit Aber die Boohus sehen hier besser aus Als bei den anderen Die haben auch Ähnlichkeit zu den Boohus Außer What the fuck Hä? Ich verstehe nichts mehr Achso, hier kann ich noch rein Um Eier zu holen Okay Ja, ihr Boohus könnt mich mal Ihr könnt mich mal Kreuzweise So Ähm, okay Ja Ach, komm Hier brauche ich einen Schlüssel Kriege ich den Schlüssel auch hier so? Ja, ist schön und klar Aber wie soll ich jetzt da reinkommen? Oder hätte ich das erst später machen sollen? Ach, ich bin dämlich Ich bin dämlich Verdammt Ich hab reingekackt Und so Und weiter So Dankeschön Das ist ein toter Scheigeist Okay, das bringt mich wieder dahin Aber wie soll ich jetzt wieder zurückkommen? Okay Die Zeit ist wieder abgelaufen Ja, ist klar Wenn ich mich kurz weggehe Ist das Schalter wieder da? Ach, komm Ach, komm schon Da werde ich so richtig Probleme haben Ja, geschafft Und jetzt gehe ich wieder raus Mit dem Schlüssel Ja, ich dachte schon Ich hab den Schlüssel irgendwie da gelassen Aber anscheinend nicht Und rein mit mir Und sehen uns diese fickte Boss an Oh, kleine Bubus Kleine süße Bubus Okay, hier muss ich hin Und das hab ich jetzt auch Und das hab ich jetzt auch Was zu holen Oh, Mann Leco mio Warte Wo muss ich jetzt hin? Okay Ich geh auf die rechte Seite dann Wenn es so ist So Okay, die Tür ist zu Okay, das ist nur da Für, dass wir uns das hier holen Okay Das gleiche Kommt da wieder Sterne raus Oder Und Nein, es kommt jetzt mal nichts raus Und wieder hab ich schon wieder Und schon wieder hab ich reingekackt Mit der Sache hier Mit den Speichern Achso Ich bin Ich bin dämlich Ich bin dämlich Also Wir sehen uns gleich Okay, weiter geht's Okay Das war jetzt nur da Dass wir auf die Seite gehen Und eine riesen Dummheit machen Die uns vielleicht was kostet Ja, unsere Dummheit Ach, ich bin so dämlich Oh, no Oh, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen Okay, wir sind im nächsten Part Tschüss Okay, wir werden das Okay, wir werden das Ich bin echt Irgendwo Okay, wir sind Okay, wir sind